Hallo liebe Freunde, was läuft da bei dem Bauhaus? Wieder einmal letzte Fahrt. Und wer macht da die letzte Fahrt? Mein Flug, mein Dreischar-Flug, gebaut in Erzigen, Firma Althaus Flugfabrik mit etwa Jahrgang 86. Den habe ich ja bekanntlich eingetauscht. Ich komme damit bei meinen Kollegen einkaufen in einen Vierscharl-Flug, einen Böttinger Vierscharl-Flug, den wir da in Erzigen gekauft haben. Und hier jetzt der Last Drive, die letzte Fahrt. Den Flug, den bringe ich zu Vierrichtmaschinen, Althaus Flug. Er hat uns den neuen Flug verkauft und meinen Flug auch an Zahlung genommen. Der Last Drive, wieder einmal. Das war ein guter Flug. Äh, non-stop. Hier ist der Druck-Druckspeichel. Ja, würde ich sagen, so 150 Bar Drucker. Hier hat der Rister komplett durch. Hier habe ich bereits neue montiert. Zwei neue sind montiert. Die Maschine ist abgehängt. Ich sehe hier hinten, um zu dem Dach, meist nach meiner alten Düngerstreuer, den ich da auch bei Bieri, Algenbrühen eingetauscht habe. Ja, ich muss auch sagen, die haben nicht nur alte Maschinen. Hier, neuer Kreisel. Ein Kreiselheuer, ein grosser steht da, sicher zum Verkauf bereiten.